Was macht ihr jetzt, Jungs? Ah, okay. Ich riech mich nach euch. Hey, da war's, ich bin am Start. Boah, keine Ahnung, Digga. Wisst ihr, was wir auch spielen können, das würde auch richtig Spaß machen, Digga? Äh, Preis erraten. Guess the price. Zu viel? Mhm. Was ist denn das? Preis erraten. Dir werden Sachen von Ebay angezeigt und du musst raten, was der Preis, also wie hoch der Preis ist. Von Ebay? Ja. Okay. Willi! Ähm, ganz kurz, Monti, musst du nur helfen, Preise erraten, ja, ne? Ja, Preise erraten, aber Bruder, wir kommen hier alle aus diesem laufenden Spiel nicht raus, das ist so dämlich gemacht. Jungs, macht Dings, geht in einen anonymen Browser. Mit Zahlen. Ja. Och, Digga, hab ich Punkte bekommen? Ich war zu spät, Digga. Egal. Wie viel war's? Das ist doch günstig. 5,50. Eli, sehr gut, Digga, sehr gut. Spielen wir um irgendwas? Äh, nee, Digga, erstmal reinkommen. 5,50. Okay. Ehe, lass vier. Wir machen. Okay, wie viel, fünf gibt's ab? Was ist das denn? Was soll das hier für eine Scheiße sein? Digga, das ist so eine Weihnachtsbeleuchtung. Ja, da hab ich einen guten Tipp für. Warum hast du hier, warte mal. Ach, Schwanz, Digga. Oh, war, oh, war, Digga, mit dem Zehner, gut, ey. 10 Euro für... Das ist 10 Euro? So eine Abzocke, Digga. Das kriegst du doch auf ne Kirmes für... 1 Euro. Ja. Das macht entspannt, Digga, nein, nein. Das ist teuer, das Ding. Brandneu. Ich guck mir an, Digga. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein Buch. Das ist ein Buch, das ist ein Buch, das ist ein Buch. Was kosten Bücher, Monte? Sag doch mal. Ich kenn mich aus mit Büchern. Ich auch, ich steh's viel. Egal, bis jetzt auf der 1. Kann man mal so auch erwähnen. Komm schon, gönn. Einfach so. Alter, ist ja wohl bodenlos, Digga. Wer kauft den Schinken? Einen neuen Schulabschluss? Digga, aber ganz weit hinten, Alter. E-Mode-Only, ne? Ja, bei mir auch E-Mode-Only. Ihr seid schon wieder so dämlich, ihr habt's selber verschissen, Alter. 17, 15, 15, 28. Was ist das? iPad für Dummies. Geil. Was soll das sein? Was soll das sein? Das ist ein Buch. Ah, nee, guck mal, ganz wichtiger Fakt. Das lesen, manche vielleicht jetzt nicht. Tega. Was? Ja, Willi. Hast du's gesehen, Monteverche, was ich meine? War gebraucht. Ja, und? Zustand? Ja, dann stimmt das. Ja, deswegen hast du, toller Hinweis, deswegen hast du 15 geschätzt. Und du? 9 Euro, okay, lass ich. Passt. Was ist denn das? Oh, da. Bitte dich. Ist das an einem C, oder wo ist das dran? Keine Ahnung. Nee, an einem Reifen, glaube ich. Boah, Digga. Ach, Digga. Oh mein Gott, Digga. Sehr gut. Wichtig. Ganz wichtig. Da hat man Eli wieder auf die 3 gekickt. Ich hab ja gar keinen Auftrag. Hilfe. Aber was ist denn das? Vor der tragbare elektrische Getriebe. Perfekt. Ja, Digga. Aber was sind denn 10 PCs, Digga? Was labern die denn da die ganze Zeit? 10 Stück, 10 Einheiten, Mann. Ach, Peace. Digga, ja, PCs, ne? Komm. Oh, ja, wichtig, Digga. Was? Hat der Onkel Monty sich wieder auf die 1 geschlichen. Wie kann das denn? 2 Euro, Willi. Ja, natürlich kriegst du das bei Teddyfee, 2 Euro. Aber es geht um Ebay. das ist meine schuld das ist unverkauft und brandneu jungs ich habe einen guten preis 8 euro 50 aber was hast du für ein schnäppchen gemacht damit läuft aber privat zu hause ist die originale oder nicht egal oder das ist schwanz kann jetzt so ein trick sei es kann alles sein und ich hab ich hab's auch ganz voll sogar oh mein gott ist ja wohl bodenlust 12 70 für den schmutz günstiger in istanbul alter keiner von uns hat einen punkt gemacht im übrigen wir haben auch einen joker also jeder hat einen joker da wird der preis für uns komplett erraten wie joker oben oben joker 16 16 steht da drüber ja aber welche ja das ist eine ganz alte bruder dies ganz günstig glaube ich nicht oh mein gott ach man elie ja elie hat den joker schon verbraucht ist doch scheißegal da benutze ich die nochmal ja gut gut macht das das war gut das waren gute punkte wo steht der joker ach da ist das jetzt hier das ist eine elgato komm bitte 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 komm gönn mir punkte gönn mir punkte oh ja oh mein gott oh aber ganz ganz hell sich dran digga ja nega schlecht digga wie alle auf dem joker digga 44 was ist es denn was ist supermikro csi ja kennst du dich ja die frage ist was da drinnen ist das schreiben sie nicht wer das noch drinnen wäre geil verkauft ok oder ich bin mit ok ja oh ist ja ok digga ich ich mache ich mache immer punkte und ich habe noch mein joker wie kann das denn und ist verkauft sogar es ist unglaublich so gut von der 230 was ist das denn was so ist das ein bild oder der denkt auch nur an richtige preise für häuser die ganze anlage kommen können ich habe zu viel um ein konto die gas oder ja los aber wann kriegt man den punkte aber wann kriegt man den punkte das weiß ich nicht oder drei euro 76 tigga welcher schwanz alter steht das bei ebay für da um stellt man das rein oh 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 und der gibt uns mal ein paar insider damit star wars digga komm komm verkauft oh mein gott digga 500 euro will sie verarschen oder was 500 euro erst voll im vga-film der idiot warum haben wir jetzt punkte bekommen und elie und nicht weil elie aber weit weg von der realität war digga und ich habe auch mein joker chat aber hast du schon dein hast du schon dein benutzt oh ja gut okay okay damit ihr seid alle voll abgehoben ihr kennt die ganzen preise gar nicht warum 10er ist voll gut von mir und elie 99 ist gut kann doch kommen ja und 10er super lachs zustand brandneu unverkauft lampe okay was einer da kenne ich mich gut aus das ist das ist ein standard das ding machen ist nur noch eins ist noch eins zum raten die kostet was ist das ist das ist die gtx 560 ti jungs ich habe ganz krassen preis ich auch ich weiß gar nicht was es ist eine grafikkarte bitcoins aber ich will jetzt bin ich wieder bei 25 aus dem zeichen schulden anpassen ok kenne ich mich mich aus ich bin bei sowas aus kenne ich mich tatsächlich mit aus kenne ich mich tatsächlich mit aus brandneues teil super 699 den eisvollen kommen 10 weniger ich mache die euro verkauft dass keiner ich mache ich mache meter das ist eine decke das ist das bett bezug habe ich habe ich habe ich erst ein blitzes neu geholt komm schon oder diese scheiße wird doch niemand haben er mich arsch bruder 55 euro ist das ist das schlecht das war wieder um fünf alle um fünf was jetzt erst okay ja oder am als weltmeister hier und verkauft und kleiner camper oder ist meine den hund er ist verbraucht er ist verkauft camper die muss doch so in die richtung gehen aber mein gott aber gut wichtig trotzdem aber ist in ordnung 10.000 aber 2500 bruder hallo in welcher welt lebst du denn junge klasse dafür kriegst du die die kosten neu so viel dann müssten sie gebraucht bruder ich hab so falsch kategorie seltenes aber warum gut letzten platz nämlich erstmal jungs aus gut was ist das ist oder keine ahnung man ja das ist jetzt kommt schon den glückstreffer den brauche ich jetzt ich habe viel zu wenig mein gott amame joker der schweiz der so eine mogelpackung von dem hund muss man auch mal mitnehmen macht eigentlich sinn weil so sachen wo man gar nicht weiß ist natürlich am sinnvollsten joker zu nutzen hast du schon recht das ist eine pokémon karte die scheiße ich hab's ich hab's garantiert 99 cent willi der verkauft was bei ebay für 99 cent ich bin so auf dem letzten platz alter das tut so weh gerade nur papier oder nicht 1 euro 17 leck mir die rosante und was soll das hier sein und das tampons ist sogar verkauft mich am arsch junge ich brauche jetzt diesen perfekten neun euro lecken am arsch was ist das überhaupt ja ach so danke der bruder wusste ich gar nicht ihr braucht und verkauft braucht und verkauft die hälfte weg kein problem habe ich was willi nicht schlecht digga ja und du hast noch einen holi billiger gemacht ja weil wir beide punkte gemacht haben deswegen ja wie schlecht 900 ok was glaubt mir das ist eine falle das sind die dinger von angenommen nintendo switch die dinger kosten einzeln nochmal so viel ich glaube auch das ist übel teuer ich hab's das ist so lächerlich ja gar nichts eingetragen aber ein kleines objektiv der gast kostet nicht viel sage ich ich kann nicht mehr ich war bei 200 glaube ich anfangen alles unnötig das ist unnötig aber ich weiß das ist so ein ikea teil der war gut da müsste es das ein clever für montes er für deine körpergröße das ist aber besser ich meine das müssen wir da hast du mal gesehen wie viel zentimeter sind hallo für mein puller berg stolz drauf sogar ich habe schon wieder nicht und da haben wir erst mal überholt für den spruch mit dem puller digga direkt kam ich habe sieben eingegeben ich schwörs ich habe sieben euro ich warum könnt ihr jetzt schätzen und ich nicht ist doch noch gar nicht ich habe oder du musst aufs timing oben achten kastroll verkauft ihr verkauft welcher kack spaß die holt die ist komplett dreckig auch noch das ist aber eine oldschool oh mein gott da macht er wieder die meter 41 euro was ist das hier was soll das sein lech weiß ich ganz genau auf einen euro genau ich kann dir aber nicht sagen was das ist oh mein gott wichtig ganz wichtig da macht er sich auf den zweiten nach oben digga und ist das ein fernseher nee das bild ich weiß nicht was es ist das ist ein fernseher komm bitte 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 bring mich auf die 1 sein fernseher gib mir mal die hand oh ja ja okay das musst du wissen das war mit 1000 euro digga was ist das hier gar keine ahnung man und krass handtücher nee das ist das ist das ist das hier und das ist teuer es ist teuer du fällst du laberst scheiße digga schade okay aber mit zweit mich ganz zufrieden aber als weltmeister wenn sich druck auf die schultern edel wie gewohnt unter mir zwei mal dritter ist okay willi wiener minus fünf jett war eine knappe kiste aber das macht bock das war das habe ich mit rohard gespielt ist eine ganz nette abwechslung weißt du wie ich mein wiener minus fünf jett war eine knappe kiste aber das war die schultern Bis zum nächsten Mal.